So, ich stehe hier am Hybris Stand. Sag mal Hybris oder Hybris? Man sagt eigentlich Hybris, aber ich sage ganz gerne Hybris. Okay, ja klar. Ist ja viel cooler. Genau, mit Sven Haiges. Hallo Sven. Hi, servus Claudia. Wir sind hier auf der JAX 2012 und du hast hier was fancy mäßiges aufgestellt. Kannst du mal kurz zeigen, was das ist? Ja, zum einen habe ich hier zwei super Telefonen, und zwar Samsung Galaxy Nexus, die NSC drin haben. Zum anderen haben wir hier unseren Hybris Anywhere Store. Und was ich dir hier zeigen kann, ist, dass man im Prinzip durch das Berühren eines NSC Tags, und auf jeden Fall halt dahinter versteckt ist, das Produkt einfach auf die App bringen kann. Das heißt, wir haben wirklich hier über einen NSC Tag das Produkt direkt an die richtige App gebunden. Wenn die App nicht auf dem Telefon wäre, würde die automatisch installiert werden. Und ich kann direkt eben dieses Produkt dann auf dem Screen sehen. Und jetzt wird es noch cooler, wenn ich das zum Beispiel jetzt mit meinen Freunden sharen möchte. Dann muss ich eigentlich diese zwei Telefone nur zusammenhalten. So. Hier drauf drücken. Das nennt sich dann Android Beam. Und schwupps, habe ich das gleiche auf dem anderen Telefon drauf. Und jetzt kann ich es natürlich auch in den Cards hinzufügen. Das ist also eine kleine Demo-Applikation, die unsere Web-Services benutzt. Und am Schluss haben wir so eine Art Google Checkout eingebaut, in dem wir zum Beispiel hier hinten wieder einen Tag versteckt haben. Und das zum Beispiel dann nochmal. So. Mhm. Genau. Das wäre jetzt also der Checkout. In dem Fall haben wir jetzt eben einen Web-Service-Call in unserem System gemacht. Und wir haben natürlich den User einfach dynamisch angelegt. Das heißt, diese Teile sind natürlich erstunken, erlogen. Aber wir haben tatsächlich quasi die Produkte an das Service-System geschickt. Und wir haben jetzt hier eine Ordnung damit bekommen. Und könnten das halt in unserem Backend-System abrufen. Ja, super. Und ist das jetzt irgendwie was erst Kürzliches mit NFC mögliches? Oder geht das eigentlich schon immer? Also NFC gibt es auf Android-Phones seit ungefähr einem Jahr. Das nächste S war das erste Telefon. Das ist momentan natürlich nicht sehr im Markt verbreitet. Das ist eine ganz kleine Zukunftstechnologie. Es gibt aber immer mehr Telefone. Also die neuesten Samsung-Geräte, die neuesten HTC-Geräte haben alle NFC dabei. Was eben ganz neu in Android 4 ist, dass man wirklich eine C-Tag mit seiner Applikation auch verknüpfen kann. Und dadurch hast du halt nicht mal das Problem, dass im Prinzip die App nicht installiert ist. Und du berührst halt mit deinem Handy diesen Tag. Und schwupps öffnet sich halt der Play-Market oder der Play-Store und du kannst die App installieren. Ja, cool. Und willst du auch über NFC hier auf der JAX berichten? Ja, ich habe heute Abend eine Session um 18 Uhr zum Thema NFC-Shopping. Und da werden wir auch diese Demo hier zeigen und noch ein bisschen mehr. Auch ein bisschen vergleichen, was sind QR-Codes, wie verhält sich das mit NFC, was sind die Vor- und Nachteile. Und genau. Alle kommen. Sehr gut. Ja, dann viel Spaß auf der JAX und bis bald. Danke dir. Tschüss. Merci. Tschüss. Tschüss. amazingly. Very cool. Fé.